Hallo Leute, servus aus München. Hier ist gerade das Oktoberfest voll im Gange. Seit einer Woche läuft es etwa, noch eine Woche geht es. Und ich war auch schon ein paar Mal dort. Und wenn wir gehen, tragen wir immer unsere Tracht. Früher war das ja gar nicht so in, aber über die Jahre ist es immer populärer geworden. Und mittlerweile hat jeder, fast jeder, mindestens eine Tracht im Schrank. Und ich liebe es auch, meine Tracht zu tragen, sich einfach ab und zu ein bisschen herauszuputzen. Und im heutigen Video wollte ich euch meine Tracht ein bisschen zeigen. Ihr werdet sie gleich sehen. Ich verlinke euch vielleicht ein paar Modelle, die ähnlich sind, unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Es gibt wirklich verschiedene Preisklassen von billig, von schon 100 Euro, 80 Euro oder sogar noch billiger, glaube ich, bis hin zu mehrere tausend Euro. Also man kann da echt ganz unterschiedlich viel Geld ausgeben. Heute geht es um meine Lederhose und wir legen gleich los. Und hohe Wiesen, falls ihr geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.